hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation mit medium engleich hier aus gilde nummer zwei rumble time match hat begonnen gegen a113 unser allerletztes match was wir noch haben gehen wir mal da rein und dann gucken wir mal das werden wir wohl gewinnen so wie es aussieht ist noch knapp eine stunde zu spielen zwei stunden sind noch zu spielen agnog 2000 noch drauf und dann haben wir den boben stein boben stein die stoffing academy müsste der lever so wer ist der nächste gegner ferrera von a113 ich fange jetzt mal so an und dann ja okay kann ich auch den spielen die mama den so und dann spiel mit tober bräunehmen dran warum wir ihn gar nicht mehr eigentlich den brauchen wir dann gar nicht mehr in oktober bräu so ja nächstes match noch acht von zehn er ist jam haben wir hier in oktober bräu wieder und hier den wiking peter und das gibt eine glatte 100 ja mann kurz schluck kaffee getrunken so namen auch so leon peter oh ja das ist gut der leg man aus der leg man haben wir hier noch den eugene belcher und die arama gene ja nice gegen morpheus gegen morpheus morpheus so mr deliver oder hier die arama fangen wir mit dem diorama gene an das reicht ja schon gleich wieder für den herr first hit dann hier den roger mr front kommt wieder mr deliver aus peter macht nix überhaupt nicht schlimm jetzt hier gerade so den da noch und dann ist das ding durch 98 punkte so sehr nice oktober bräu tom landry middle school so noch vier carlos g 1661 80 tom landry middle school sexualkunde peter jawoll 12 bam ne glatte 100 noch drei deputy dog stock stocking academy rogers kleiderschrank devil bobby ja she mask und fry im roboter kostüm ja ja und und deputy dog besiegt mit 96 so weiter geht's weiter geht's paul nelson libby 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 so dann haben wir hier noch den mr front und dann haben wir hier mock trial luis und das war's platte 100 platte 100 so noch das letzte match so jetzt habe ich allerdings fangen wir an dem peter passt ja perfekt und dann bin wir ja auch nicht ein menschen damit hat sich das ding dann auch schon für ihn erledigt ähm hip hop bob und das war's ja geil so gucken wir mal ganz kurz hier rein gegen a113 22 von denen haben nur gekämpft morpheus glatte 1000 gegen uns geholt okay kenberger zardos manubaya ilililil georgios und herr gleich zwei neuerdacht place to tear drei fuchs knuckster baddest charlene die andre lord universe mark paul's north soma jay benitha jones regal albertus tristan schmobi sleepy fred quarkmüller eisenswag tovelli fanzino br suarez die max maximal outlaw dick batman joseph und raulito sind ja noch über zwei stunden zu spielen also wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein like da schreibt was in die kommentare aber nicht den kanal schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir dem herrn gleich schaut rein macht's gut bis dann und tschüss die 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 Vielen Dank.